So, wir sind jetzt hier vom Kölner Dom. Wir haben jetzt das Format Street Punk übernommen. Ich setze mich jetzt mal dahin, wo der Jules immer sitzt. So, hier war gerade irgendwo eine Maus, aber das soll mich nicht stören. Und leider haben wir unser Funkgerät vergessen, also muss ich das jetzt mal etwas pauschaler. Das ist der Robin. Robin! Ja? Frag mal hier hinten, ob sie Sex mit dir will. So, Plüschbärchen Sex. Das war wohl nichts. Mach noch mal weiter da drüben. So. Warte kurz, ich schneide mal eben. Was? Wieso? Warte mal kurz. Scheiße. So, das ist jetzt hier nochmal, um es zu bedeutlichen, also hier sitzt Jules immer. Das ist jetzt, was war das Street Punk? Lauf den Pärchen unauffällig hinterher. Dieser Pärchen? Ja, den da. Das hier? Ja, das. Okay. Ich glaube, sperrt es nicht. Ich hoffe es. Das war mir jetzt aber zu peinlich. Hi. Guck mal nicht so auffällig her, sonst sehen die mich. Mach mal was mit dem Hund. Nee. Traust dich nicht? Ja. Okay, dann mach mal, mach mal, warte. Geh mal zu den Leuten bei dem Weihnachtsbaum. Geh da mal hin. Und tu so, als ob du stirbst oder so. Jetzt steh wieder auf und tu so, als wärst du ein Zombie. Was ist das? Fall mal jemanden an. Was? Fall mal jemanden an. Anfallen hier vorne jemanden. Die haben mich noch nicht gesehen. Ja, komm mal ein bisschen näher ran und fall jemanden als Zombie an. Doch, weil was? Als Zombie jemanden anfallen. Das Wichtigste ist halt, dass sie die Kamera nicht sehen. War das gut? War gut so. Ich glaube, die haben mich nicht gesehen. Lass noch 10 Stunden filmen. Unsere Cutter schneiden das dann. Ja, dann können wir das dann jede Woche, weißt du? Ist ne gute Idee. Das ist ja Material. Warte. Scheiße, schon wieder. So, das war jetzt Streetpong. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Hier kommt es zu unserer letzten Folge Youpong. Und hier kommt es zu unserer letzten Folge Bigpong. Und abonnieren. Hier ist unser Video-Titel. Hier sind die Kommentare.